Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube, der Onkel ist wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Es gibt Neuigkeiten zu Valheim. Wie immer, wenn ich hier sitze und euch da, oder meistens, wenn ich euch dann irgendwas erklären will. Alles, was es Wissenswertes gibt, und es gibt einiges Wissenswertes, das ist nämlich wichtig, gleich nach dem Intro. So, gestern, am 12.03.2024, kam ein neuer Patch raus. Für die Leute, die im öffentlichen, im Public-Test-Branch spielen wollen. Das heißt, das ist wie die letzten drei Jahre auch. Und ich bin ein bisschen genervt, ihr merkt das schon, weil das Internet gestern Abend gebrannt hat, so ein bisschen. Also zumindest in der Valheim-Community. Weil auf einmal die Meldungen kamen, oh Gott, die Ashlands sind da. Der Ashland-Patch ist da. Nein, das ist nicht der Ashlands-Patch. Ashlands-Patch ist es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man da drauf kommen kann. Weil, ich habe mir das jetzt gerade nochmal durchgelesen, die Patch-Notes hier. In diesen kompletten Patch-Notes, wenn ich es nicht überlesen habe, kommt das Wort Ashlands ein einziges Mal vor. Und das erkläre ich euch jetzt. Es gibt am Anfang hier einen Hinweis. Und zwar, Hinweis, dieses Update gilt nur für den öffentlichen Test-Zweig, also den Public-Test-Branch von Valheim, und ist daher möglicherweise instabil. Bevor wir dieses Update für die Standard-Version des Spiels veröffentlichen, möchten wir die Möglichkeit haben, Fehler zu entdecken und das Balancing zu verfeinern, um das beste Spielergebnis zu gewährleisten. Alles wie immer. Zugang. Klickt in eurer Steam-Bibliothek mit der rechten Maustaste auf Valheim, wählt dann Eigenschaften und wählt dann im Fenster Betas aus und gebt den Code Yes, I made Backups ein. Der Zweig öffentlicher Test sollte nun, oder Public-Test-Branch, sollte nun zur Auswahl verfügbar sein. Die PTB-FAQ findet ihr hier. Also gibt es einen Link zur FAQ für die PTB. Rückmeldung. Bitte hinterlasst uns Feedback im Kanal Valheim Public-Test in unserem Discord oder über das PTB-Formular auf unserer Website. Also, der Discord von Valheim ist ja wiederhergestellt. Da gab es ja einen Hack. Und da könnt ihr euch halt gerne auslassen. Bitte bedenkt, oder bitte denkt daran, seid rücksichtvoll gegenüber den Spielern, die nicht am öffentlichen Test teilnehmen, da manches vorziehen, Spoiler zu vermeiden. Wie im Zugangscode angegeben, stellt bitte sicher, dass vor dem Spielen Sicherungskopien eurer gespeicherten Dateien erstellt wurden. Also, bis hierhin alles, wie es bisher immer war. Vor jedem Public-Test-Branch. Also, das sind die Versionen, die dann so in circa zwei Wochen auch jedem anderen zugänglich sein sollten, wird darauf hingewiesen, hier, passt auf, wenn ihr den Public-Test-Branch spielt, dann macht bitte vorher ein Backup. Speichert eure Dateien, weil das kann halt alles noch instabil sein. Also, wir reden hier nicht von der Beta oder von einem Early Access, sondern das ist einfach so, die testen das halt, ne? So, und mit dem Feedback, das die Spieler halt abgeben, wird es dann besser und wird für alle anderen auch veröffentlicht. So, jetzt geht's eigentlich los. Hallo Wikinger, wir haben heute eine Reihe von Korrekturen und Verbesserungen für euch, um das Spiel zu verbessern und alles für das kommende Ashlands Update vorzubereiten. Das ist der wichtigste Satz hier eigentlich. Also, es kommen noch ein paar andere wichtige Sachen an, aber das ist der Satz, der eigentlich alles sagt. Das ist ein Patch, der Fehler beheben soll, um uns auf das Ashlands Update vorzubereiten. Also, das Ashlands Update wird jetzt irgendwann kommen, in den nächsten drei Monaten. Ich sag da nachher noch was zu, ähm, gegen Ende des Videos. Aber das ist erstmal ein Patch, um uns auf das bevorstehende Ashlands Update vorzubereiten. Dieser Patch berührt alles, vom Spawnen von Feinden und Bauteilen bis hin zu Sprachproblemen und Speicher-Lags. Am bemerkenswertesten ist jedoch, das ist ein Upgrade von Unity, das ist die Engine, auf der das Spiel basiert, und eine wesentliche Änderung bei der Art und Weise bietet, wie das Spiel Assets wie Dungeons lädt. Wenn ihr das Spiel modifiziert, also spielt ihr mit Mods, lest bitte die weiter unten verlinkte FAQ, da es viele Mods betrifft. Ich sag euch jetzt schon mal, solltet ihr diesen PTB spielen, diesen Public Test Branch, Spielt den ohne Mods. Und macht das, wenn ihr den Public Test Branch nicht spielt, dann spielt jetzt mit Mods weiter, sichert vor dem nächsten Update, eure Dateien, eure Welten, alles was ihr sichern könnt, und deaktiviert die Mods. Oder macht das Update nicht. Das ist das, was ich euch jetzt sagen kann. Das nächste, also dieses Update, wenn das öffentlich wird, wird das wahrscheinlich die meisten Mods, wie es auch eigentlich immer der Fall ist, nicht zerstören, aber unspielbar machen. So, von daher, seid diesmal vielleicht besonders gewarnt, das ist ein großes Update, weil es auch um die Engine geht, also es ist ein Engine Upgrade, und von daher, wenn ihr nichts verlieren wollt, dann speichert eure Dateien. Kurzfassung der Patchnotizen. Unity Engine aktualisiert. Wesentliche Änderungen beim Laden von Orten oder Dungeons, um die Leistung zu verbessern. Mehrere Fehlerbehebungen. Und jetzt gehen wir in die detaillierten Patchnotes. Korrekturen und Verbesserungen. Aktualisierte Unity Engine auf 2022 20.3.17f Änderungen an der Art und Weise, wie Orte, Dungeons oder Räume geladen werden und entladen werden. Weitere Informationen zu dieser Änderung findet ihr in den FAQ. Es wurde ein Problem behoben, bei dem saisonale Gruppen, die sich über ein Jahr erstreckten, im neuen Jahr nicht funktionierten. Also saisonale Gegenstände sind im Grunde genommen gemeint. Modifikation passte nicht zu euren Modifikationen. Hinweis. Ihr müsst den Befehl Opt Terrain ausführen, um das Gelände zu aktualisieren. Problem behoben, bei dem das Punkte-Emote den Spieler nicht richtig ausrichtete. Mehrere Fehler im Zusammenhang mit der Sperrliste behoben. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Menü-Navigation über die Pfeiltasten der Tastatur nach der Einstellung nicht mehr funktionierte. Das Menü über die Escape- oder Zurück-Taste verlassen. Einige Fehler in UI-Elementen wurden behoben, sodass sie nicht mehr flackern, wenn das Spiel mit niedrigen FPS läuft. Natürlich entstandene Betten können jetzt mit dem Hammer entfernt werden. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Oh Gott, ich kann das nicht aussprechen. Guy Raffa und Brenner nach dem Neustart des Spiels wieder auftauchten. Das Stapeln des Rüben-Inventars wurde korrigiert, damit es zu anderen Gemüse passt. Fehlender Text für Fermenter ohne Dach wurde behoben. Menü-Speicherungen verwalten. Problem behoben, bei dem Artikel in Händlergeschäften nicht zentriert waren. Problem behoben, bei dem die Grafikeinstellungen für Sonnenstrahlen und weiche Partikel nicht richtig umgeschaltet wurden. Verbesserungen bei Warnungen bei geringem Speicherplatz. Ein Speicherverlust beim Hervorheben von Gebäudeobjekten wurde behoben. Zeit zur Validierung von IP-Adressen verbessern, was zu einer Beschleunigung führen wird. Spieler können jetzt über die Registerkarte Freunde im Server-Browser Freunde im Xbox MS Store finden. Fehlender Text beim Versuch, einen Gegenstand auf einem Kartografie-Tisch und einer Windmühle zu verwenden, wurde behoben. Ein Problem mit dezidierten Linux-Servern wurde behoben. Welches? Keine Ahnung. Die Größenänderungen des Fensters beim Verlassen der Einstellungen wurde korrigiert. Der Uralte spawnte nicht mehr auf seinem Altar. Die Minikarte wurde optimiert, um FPS-Abfälle bei vielen Kartenmarkierungen zu reduzieren. Ein Problem mit Cloud-Speicherungen im Microsoft Store wurde behoben. Der Gewichtstext in den Tool-Tipps der Benutzeroberfläche zeigt jetzt sowohl das Einzelgewicht als auch das Gesamtgewicht für gestapelte Gegenstände an. Behoben wurde ein Fehler, der dazu führte, dass zwei Tage statt einer übersprungen wurde, wenn nur Xbox-Clients mit einem dezidierten Server verbunden waren. Das Verhalten der Kamerarotation auf Gamepads wurde optimiert. Jetzt ähnelt es dem Verhalten auf Maus und Tastatur viel mehr. Inkonsistente Unterstützungsberechnungen wurden behoben für Käfigboden 1x1. Lücke beim Platzieren von Bannern wurden behoben, also ein Fehler wurde da behoben, und Gegenstände wurden so behoben, dass sie sich beim Upgraden nicht mehr in der Inventar- Benutzeroberfläche bewegen. Das ist es schon. Ach nee, halt Blödsinn. Nee, stimmt gar nicht. Problem wurde behoben, bei dem die Position der Kreatur beim Übertragen des Besitzers nicht richtig aktualisiert wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Sperrliste 2 GB RAM zuwies. Jetzt wird nur noch das Notwendigste zugewiesen. Probleme mit dem Bootsbesitz, wenn die Verbindung eines Kleents getrennt wird, wurde behoben. Boote stoppen nicht mehr plötzlich, wenn der Besitz übertragen wird oder ein Spieler greift auf das Bootslager zu. Die Segel wehen jetzt im Vergleich zum Wind in die richtige Richtung. Wenn einem Feind an einem Hang ein Rückstoß zugeführt wird, wirkt sich das nicht mehr auf den Spieler aus, der den Rückstoß ausführt. Gamepad und Maus verhalten sich nun beide auf die gleiche Weise. Uns hinzugefügt Caging für die Minikartenerstellung, um die Startzeit zu verkürzen. Das sind die Patch Notes. Könnt ihr euch jetzt das rausnehmen, was ihr haben wollt und gut ist. Nochmal, weil das wirklich ein wichtiges, wichtiges Update ist oder wird, weil es jetzt noch erst Public Test ist. Das heißt, im Moment läuft eure normale Wahlheim-Version, wenn ihr nicht im Public Test Branch angemeldet seid. Also, Rechtsklick auf Wahlheim, dann Eigenschaften, so wie das am Anfang erklärt wurde. Wenn ihr da nicht dran teilnehmt, bleibt für euch alles gleich. Erstmal. Bis dieses Update öffentlich wird. So, ich denke in ein, zwei Wochen. Und dann ist das große Problem die Aktualisierung der Unity Engine. Das ist wichtig und richtig und das soll auch so sein und das, weil damit ist eigentlich gewährleistet, dass das Spiel auf der aktuellsten Version der, der aktuellen Engine basiert und das ist gut so. Das bringt nur für Leute, die halt mit Mods spielen, wahnsinnige Nachteile, weil die Mods dann in den ersten Tagen wieder nicht funktionieren werden, weil die Mod-Entwickler dann wieder nachziehen müssen und müssen ihre Mods auf den neuen Stand bringen beziehungsweise auch auf dieses auf dieses Engine Update. So, damit das dann wieder funktioniert. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass ihr eure Sachen speichert. So, und jeder, der euch irgendwie im Internet jetzt erzählen will, dass das Ashlands Update raus ist, das ist absoluter Blödsinn. Also, ich habe mir gestern Abend, ich hätte gerne das Video gestern Abend schon gebracht, aber ich war am Podcast aufnehmen gestern Abend und habe danach mir so ein paar Sachen durchgelesen hier und da da stellt es einem die Nackenhaare auf, wenn die Leute da irgendwas von sich geben, wo sie keine Ahnung haben. Also, die richtigen Nachrichten kriegt er hier. So, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich gucke noch mal in die Public Test Branch FAQ rein gerade. die werde ich jetzt nicht alle komplett übersetzen, weil das sprengt den Rahmen. Wenn ihr das Englische nicht mächtig seid und Infos dazu haben wollt, dann meldet euch gerne bei uns auf dem Discord. Wir beantworten da gerne Fragen zu. Ihr könnt euch an einen der Mods wenden, an George, an mich, an Guido, an keine Ahnung, wer alles da ist und fragt da. Aber das Wichtigste ist eigentlich gesagt, wenn ihr, bevor ihr diesen Public Test Branch spielt, alle eure wichtigen Sachen speichert. So, dann noch eine Mitteilung am Rande, die dann gestern auch aufkam. Irgendjemand hat in die Welt gesetzt, gerade im deutschsprachigen Bereich, dass man für diesen Patch unbedingt, wenn man diesen Patch spielen will und die Ashlands spielen will, unbedingt eine neue Welt erstellen muss und dass die alten Welten nicht mehr funktionieren. Auch das ist Bullshit. Das ist absoluter Blödsinn. Es wird angeraten seitens Valheim, dass man mit einer neuen Welt frisch startet, wenn ein neues Biom dazukommt. Das war schon immer so und das ist auch diesmal so. Also, sollte das Ashlands Update irgendwann jetzt in den nächsten drei Monaten kommen, die Infos bekommt ihr natürlich hier, dann müsst ihr nicht zwingend eine neue Welt erstellen, um die Ashlands spielen zu können. Es wird aber empfohlen. Warum wird es empfohlen? Wenn ihr euch vorstellt, ich habe zum Beispiel in meiner Community so ein paar Leute, die spielen Zeit, es das Spiel gibt, ein und dieselbe Karte und die haben die halt schon ziemlich weit aufgedeckt. Und das Problem ist jetzt, wenn die Ashlands kommen und wir wissen, die sind im Süden unten, wenn die schon aufgedeckt sind, weil man da schon lang gelaufen ist oder mit dem Schiff dran vorbeigefahren ist oder so, dann werden die neuen Sachen, die wir in den Ashlands sehen können, beziehungsweise wie die Ashlands dann aussehen, die werden dort nicht auftauchen, weil dieser Bereich schon aufgedeckt ist. Diese Bereiche werden nur zu sehen sein in den Biomen, die noch nicht, oder auf den Teilen der Karte, die noch nicht aufgedeckt sind. Das war zum Beispiel auch so, als die Frost Caves ins Spiel kamen, in den Bergen, im Gebirge. Wenn ihr ein Gebirge schon aufgedeckt hattet und habt mit dieser Karte weitergespielt und das Update kam, dann hattet ihr in diesem Gebirge keine Frost Caves. Erst wenn ihr in ein Gebiet gekommen sind, das ihr neu entdeckt habt und da einen neuen Part von der Karte aufgedeckt habt, hattet ihr plötzlich Frost Caves. Das war im Sumpf genau das gleiche, als der Abo kam, dieses Sumpfmonster. Wenn ihr einen Sumpf hattet, den ihr schon aufgedeckt hatte, da war das Vieh nicht, nur in neuen Sumpfen. Und so wird es bei den Ashlands auch sein. Also von daher, ihr könnt eure Karte weiterspielen, keine Angst. Ihr solltet, oder es wird euch nahegelegt, auch für den Spielspaß, mal komplett neu zu starten und vom Grasland bis in die Ashlands alles abzukrasen. Aber das ist es. Also, hört da nicht immer drauf, was direkt irgendwie ins Internet geblasen wird da. Die richtigen Infos gibt es wie immer hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns. Bis dann. Macht Liebe. Ciao, ciao.